Ihr lieben Leute, ihr findet mich ab sofort wieder mal in ausgewählten Supermärkten. Nicht persönlich, keine Sorge, ich stehe da als Henkel-Pappfigur sozusagen. Und wir haben uns überlegt, wir machen daraus ein kleines Gewinnspiel. Ihr müsst euch nur dazustellen, nehmt mich in den Arm, wie auch immer, macht ein Selfie, macht ein Foto, ladet das hoch bei Facebook, Instagram oder so, wo das auch immer geht, und dann könnt ihr schon teilnehmen am Gewinnspiel. Was gibt es zu gewinnen? Sehr interessant. Fünf mal zwei Tickets für meine Jubiläumstour, die geht es ja los im Oktober. Ich freue mich sehr, wenn ihr da seid. Dann gibt es noch zehn Flaschen Henkel-Senk zu gewinnen, also ein echtes Premium-Paket. Wo ihr das Ganze machen könnt, in welchen Supermärkten, das steht hier unten im Text. Außerdem die ganzen Teilnahmebedingungen und so weiter. Ich freue mich sehr auf euch. Ich hoffe, wir sehen uns dann mit einer schönen Flasche auf der Bühne oder im Publikum. Bis dann, ich freue mich.